Da kommst du immer auf die... auf jede Sekunde kommst du auf an. Hier kann man sich vielleicht noch ein, zwei Fehler erlauben, aber... Auch nicht wieder allzu viele. Komm du. Shit! Okay, plötzlich werde ich zum Terroristen erklärt. Ja gut, so viel Zerstörung, wie ich anrichte. Ich glaube, man kann es verstehen, wieso das... Perfekt, ja, durch eine militärische Basis, wieso auch nicht. Ah, da unter dem Tunnel. Ah, ich habe noch mehr als genug Zeit. Ah, eigentlich würde ich das nicht so mehr, aber... Gut, da hinten habe ich noch eine Landlage gesehen. Hi, Kollege, wie geht's dir? Na, wir möglichst keine Panik verursachen. Ich mache es lieber so. Ist nicht so blutig. Ja, das würde ich auch so eine Antwort geben. Oder ja, würde das jemand bitte noch in Deutsch erklären? Mit diesen Fremden, vielen Fremdwörtern. Moment, wo? Gewerbe auch nicht. Ich habe was besseres! Was? Da, eine Anfrage! Sieg! Gut! Konsum, was schon wieder eins? Okay. Ja, wieso nicht, also... Schon gerade dabei sind. Wie? 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 was? Ich bin gerade gelandet. Würdest du mich bitte nicht anschauen, danke sehr sonst kann ich dich nicht in 0.07 Manier konsumieren. D framed z.B da brach D grand Okay, was ist der� Russians eigentlich im Raum? die das mache ich nie gerne. Jetzt müssen wir zu den Scientists hier. Okay, los geht's. Aber die werden leider auch von Wachen bewacht. Dazu sind nämlich Wachen da, die bewachen etwas. Na, ich rede mal wieder um den Schaden. Komm schon, komm schon. Gut, ich wäre da. Ah. Nein. 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 Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht. Scheiße. Mist, falsche Taste. Ah. Ah. Schade. Na. Ah, nicht die volle XP, aber wenigstens etwas. Ah. Ah, 600 AP. Gut. Zwei von zehn. Auf der Stufe einfach. Haben wir hier irgendwo einen Wegpunkt eigentlich? Nö. Nö. Hi, Kollege, wie geht's dir? Butch. Wieder eins. Äh. Mann. Ja, komm. Mach ich doch. Mach ich das doch. Passt doch schön in ein Video. Ich bin ein Konsument. Ich bin ein Konsument. Das gleiche, das macht auch extrem Spaß. Wie man so wie in Adler über alles hinüberschwebt. Ach, ein König der Lüfte. So, jetzt hoffentlich nicht ins Wasser. Perfekt. Ich bin ein Konsument. Zock. Zack. Hmmmm. Schüttungs. Ich hab's auch schon. Na, da. Mann, da. Fertig gebracht. Bei ihnen soll ich einen Event zu landen, und... also ja. Nicht irgendwie, sondern genau drauf und... hehehe. Da hat's mir aus versehen den Quesskild übergekühlt. er für zerte bereits jahr die habe ich am liebsten Basis infiltrieren ach das macht man findet dort man kann also ja findet dann wird auf intrigue Leute die die was beibringen können wenn auch unfreiwillig Mist Ecke verpasst auch nicht so ist am besten irgendwie nicht gerade da kommen sie hallo Kommander wie ist hier gut schön komm lass dich umarmen wir werden geworfen das schöne ist auch hier gibt es keinen Kanton ja sie die das vier zieler das hier es hier komm jetzt kommst du kommst du kommen kommen komm hallo wirst du bitte danke aber Kontrollen scale upgrade meine Effizienz in Sachen gepanzerten vehikel ist gerade gestiegen oh komm lass dich umarmen ksch ouch wer ist auf intrigue target da ging es über green dass sie nicht nur einfach ein Subjekt ist sondern halt etwas mehr komm lass dich umarmen lass dich um danke Artillerie sehr schön denn jetzt haben wir die Möglichkeit wenn wir da links da links da rechts das habe ich schon bei einem Video habe ich schon falsch gesagt da sieht man sieht man an den gelben ja gelben Kreis das bedeutet dass man ein Artillerie Schlag zur Verfügung hat das kann man die gegnerische also so eine Basis kann man ins Ziel nehmen und dann einfach dem Piloten sagen du hey hier da die sind da im Pen bitte nach Rakete damit sie alle aufwachen jetzt schon wieder ihr P boah hier schon über 200.000 da kann ich sicher irgendetwas ja ja komm das nehme ich Bronze Spike Graver das der ist ganz schweig ja das nehme ich auch movement ah ja Kräfte Hammerfest Smackdown Thermal Vision naja noch nicht Charge Throw oh ja nehme ich gerne Disguise Armored Vehicle hier eins da gibt es noch bis zu da sieht man hier ich kann noch zwei solche Hirnis konsumieren und da habe ich noch vieles was ich noch erlernen kann sonst habe ich eigentlich schon Air Recovery Launched by an explosion attack used air recovery ist ja ok das sehe ich noch irgendwie Launched by an enemy attack einfach mit der Taste drücken gut ok die Basis haben wir auch gleich infiltriert was können wir noch machen Ease Jumping wenn ich das richtig ausgesprochen habe hat was some shit geh nicht in seine Nähe würde ich dir auch nicht empfehlen was hättest du an ne nicht das ja so sprung events das sind mein Tod da bin ich nie gut ich bin froh wenn ich Bronze schaffe ok hit points äh waypoints hit the waypoints way the hit points genau ok nein 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 komm das ja so fängt an ups das ist das ist eine Übungsrunde die kann ich nicht sehen gelten